Willkommen zu einer neuen Folge Game of Twins. Wir spielen heute Mario Strikers... wie nennt man das? Battle League. Ja, Football Battle League. Wir wollten einfach heute eine Runde davon spielen. Spiel am PC. Er war heute mal zu Hause, deswegen hat er das Spiel einfach mitgebracht. Und dann wollten wir das einfach einmal ein cooles Special machen. Und wenn es euch gefällt, lasst ein Like da und abonniert unseren Kanal und aktiviert den Vlog. Wir haben dort schon ein bisschen gespielt, also es war ziemlich... Wir waren ziemlich aggressiv. Ja, sehr laut waren wir. Wir haben sehr viel Runden gespielt und sehr viel beleidigt. Das macht so aggressiv, dieses Spiel, ne? Ja. Ich sehe einfach am Computer mit, weil es mit OBS aufgenommen wird und ich sehe einfach den Spielablauf. Ich finde es so cool. Wir sitzen in Gruppe. Wir sitzen ja im gleichen Raum. Freund und wir spielen einfach dort. Das heißt übrigens die Freund, also äh... Natürlich heißt die Freund. Ihr müsst auch nicht unbegegnet. Ich darf es immer sagen. Und? Mario setzt seinen Überschuss ein. Oh Mann, ich krieg die Kammer nach. Ein Feuerfahrerbezieher. Das ist ähm... 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 Besser liegt Football. Diesen Namen werde ich mir aber nicht heißen. Wir spielen ähm... Ein Pokal-Turnier. Ja, wir machen ja Trick. Aber Pokal-Turnier dauert doch viel zu lang. Nein. Vier Minuten. Vier Minuten pro ähm Spiel. Dann machen wir noch paar. Und dann Trick... Und jetzt Trick-Pokal. Warte mal, aber wie viele ähm... Spiele gibt's dann? Wir spielen den Trick-Pokal. Ich bin Käpt'n. Aber wie viele Spiele gibt's in einem... Äh... 3 bis 4. Warte mal, haben wir schon besser gesagt, was mehr kommt? Ja, haben wir. Okay. Okay, jetzt mal... Ja, das werden dann aber... Wir machen uns jetzt auch die Lupe. Vier. 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 Ja, mit Glück. Wenn wir jetzt... Wenn wir jetzt... Okay. Vincent, du darfst als erstes Mario aussuchen. Ähm... Ich bin tot. Okay. Ähm... Aber denk dran, du bist ja immer noch nicht als erstes... Ja... Du bist ja immer noch nicht Käpt'n. Ja... Ich nehm mal wieder Bowser. Mist. Ich bin dann noch Mario. Ich mach Mario. Ich mach Mario. Ich mach dann nicht. Warte. Ich mach Mario. Dann nehm ich Donkey Kong in unser Team. Ich pack Donkey Kong in unser Team. Okay? Okay. Dann kann ich die Hände mit Glück bringen. Ähm... Und dann Luigi, guck auch noch in unser Team. Die darf nicht schrien. Oh ja. Willst'n Pryker haben die... Kann noch nicht. Ja, okay. Es geht los. Ich bleib an Druckführer. Wir sind die Rockets. Nein. Wir wechseln ab. Die Runde. Wir zeigen, wir sind die Rockets. Ja, wir sind die Rockets. Ja, wir sind die Rockets. Die Rockets. Die Rockets fangen aus. Das ist halt die andere Male. Und wir waren immer... Wir machen ja auch was. Mach jetzt einfach schnell, okay? Okay, Baba. 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 Ey, das ist sogar noch so ein... Keulern mit sich nach in ihrer Lange. Ja. Wir sind die Runde. Wir werden wie eine Rakete... den Ball ins Tor schießen. Wollen wir jetzt überspringen? Ja. Das werden wir nicht alles schnell machen. Es ist schon cool, für die Zuschauer zu sehen. Ey, wir sind jetzt... Ja, wir sind die Runde... Nächste Runde. Nächste Runde. Gucken wir uns jetzt an. Mhh. Junge, wie geht dein Team? Ich will dich schon. Ich bin nicht so gut. Wir sind ein Team! Das wird so schlecht. Das wird sehr schlimm. Nein! Ich hab doch nichts zu tun. Junge! Sorry! Ja, sehr sorry. Das merkt man ja. Ich bin die 3. Ja, und ich bin die 1. Ich kann einfach nicht passen. Ich vergesse immer, wie immer passen. Nee! Junge, wir springen! Nee, passt mal. Okay. Es gibt ja nichts. Okay, das war kurz vorm Ausbrechen. Okay. Ja, hier. Kacke! Das wäre so schlecht in diesem Spiel, ne? Ich schwein habe ich auch gerade. Ja, gerade eben erst entdeckt. Gebe. Pass! Junge, ich kacke! Was mach ich da? Nicht, du hast geschossen. Junge, unser Torwart hat echt gerettet. Geh! Okay, ich hab... Geh! Junge, pass bitte! Was ist denn? Ich verheillt! Ich verheillt! Ja, verpassen ist echt nicht da immer, leider. Ich hab gar nicht mal gesehen, dass ich den Ball habe. Ja, stimmt! Ihr erkennt man auch nicht. Nee. Gar nicht. Oh! Was? Oh! Ja, wo bin ich? Was hieß ich denn? Waluigi! Waus! Oh! Nochmal, Mann! Können wir nicht einmal in unseren Ultf useisen sehen? Junge, du musst emper写 Россen weglaufen! Ah! Du Perl! Du Perl! Du Perl, Junge! Die Tau liegt am Boden! Nee! Ich war traurig, ne? Ich war traurig, ne? Ich war traurig und dann realisiere ich, dass es gar nicht der Frau geklutzt ist. Ja! Ich versuche erstmal schon den Torwart zu trafen! Ich hab doch mal einen Junge nicht hier getroffen! Junge! Geh! Geh! Heldig! Sprachen lernen! Der kippt einfach mir, ne? Was nicht unbedingt gut war! Was, der Hölle? Du musst! Was?! Ey, wir haben nur unseren Rollschuss! Wir haben nur unseren Rollschuss! Das ist klar! Ich werde da jetzt hingehen! Das war so! Sagen wir mal! Schau mal! Schieß! Schieß doch! Ich hab geschossen! Schrei mal nicht so! Ja! Ja! Ja gut, ja gut! Was? Ja, Alter! Wir haben gewonnen! Noch nicht! Es ist grad 1! Also, ja, wir haben die Runde gewonnen! Das Tor! Ja gut, das Tor! Irgendwie auch immer mal gespielt! Es steht 1-1! Ja, ich beschäftige mich nicht nur! Obwohl es ja auch teilweise handbar ist! Sie machen die ganze Zeit mit Hand! Was ist das? Ja! Boah! Ich weiß ja nicht viel vom Fußball! Ich weiß! Das ist so! Ein Kluz! Also das weiß ich! Ja, aber was weiß ich auch was! Das muss mal! Betonere Fuß! Jungs! Jungs! Natürlich! Wir melden doch auch alles aus! Warum sind die Lila? Warum leuchten die da so? Das ist nie! Weil die dann ihren Ultischuss haben! Typischuss! Ich werde heulen! Äh, hierher bin ich! Warum ist der Kassel? Junge! Äh! Ist der Kassel für mich? Oh! Ist der Torwart gut, wenn er ist und der Torwart der 2? Ja! Ok, nicht, dass du irgendwo... Scheiße! Ich laufe raus! Scheiße, Alter! Gib jetzt mal den Ball! Bitte! Ich übernehme! Ich mach jetzt Ulti-Schuss! Das macht so aggressiv! Was ist das? Sammlein! Ok, hier, Donkey, komm, komm jetzt! Los! So! Ja, komm! Ok, los! Komm on! Du schaffst das, Donkey! Äh, war nicht... Was ist, Donkey? Äh, nicht gern! Äh, nicht gern! Juhu! Oh! 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 Und dann nix tun! Ich hab, ich hab da sie was zu tun! Mann, ich hab nie etwas! Schieß! Ich hab was! Ich hab... Schieß! Nochmal! Ah! Oh Gott! Schnell! Schnell dabei! Go and go! Hei what did you say?! Nein, nein! We're on! Nein! Wir kommen jetzt noch zu den anderen, in die... Ok, okay... Wir müssen erst dann! Wir müssen erst dann! Ok, jetzt können wir gehen... Mahjestrus! 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 Mahjestrus heißt Meister! Mahjestrus heißt Meister und... Die Meister. das ist meistens als Meistern weiß das ist sein das er 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 hat sich er hat sich er er hat sich die Fresse der Scheiß die die ich möchte die der Fall es ist die 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 das ist das ist das 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 Spaß machen das 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 Jürgen! Gib den Scheiß mal! Oh! Kein Ernst? Gib! Wissen wir haben schon so viele Schimpfwörter, wenn uns den... ...denn kann man nicht. Na dann! Oh mein Gott! Bestimmte Schimpfwörter zu sagen! Gib! Okay! Pass mit Cent! So ich hab' mehr! Ich wollte es nicht mehr so... Ich wollte die Krise... Was ist denn heute an der Diener? Wer? Ich hab' mir nicht hier erschossen, wie ich hab' mehr vor den Zien? Ja! Ich hab' ein Spiel gedrückt! Mit A schießen wir rüber! Ja! Ich kenn' das Spiel auch nur seit... einer Stunde oder so! Ich bin Spieler 3! Ja gut, ich... Ich hab' schon heute das Spiel 1! Ich hab' schon vorher gekannt, aber noch nie vorher gekannt! Okay! Komm! Geh' rein! Ach mal, du mit einer Banane stärken! Ich hab' jetzt hier oben! Schaut! Rein und... ...und... 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 Wo ist denn da v ...loch? Der Kling kommt komplett! Die Sätze! V'. Gecuere! Na sowieso? Na resp Wo solltl die Rocket s Newton nicht? die Strasse die 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 es geht er hat er sie die 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 fast kreis 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 Egal! Alle grün hier so rum. Oh, die kann ich tauchen! Nein! Mein Gott! Warte, haben wir da noch einen Schuss? Nein, das ist doch falsch! Nein, nein, wir haben danach keinen Schuss mehr. Wie ist das passiert? Scheiß in der Luft. Ach so, das ist total total. Das ist ja auch gut. Ja, das ist nicht mehr gut, aber ich mein... Mein Gott! Die Leute waren richtig genau. Wenn wir jetzt totten, dann könnten wir immer... Ich stehe nicht ergreifend. Ich bin ja aus dem Bildschirm aus. Komm schon, lass mich, lass mich. Nee, ja! Alter, wie gut ist die Retourwart? Dieser. Außerdem... Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott, was? Hier! Ich hab mal einen Schuss! Ja, lieber ich nicht! Ich will mich nicht! Ach so, da bin ich Prost an das eigentlich. Ey, Junge! Das passt ich einfach so wie Idioten. Einfach aus... ...red.. ...red... ...brud gemacht war. ...und dann kommt Meistrus. Wow eaaaaaaaaaaa... Erf nicht! Nicht auf Serben... Also... Nicht auf Serben, sondern... Oh! Ja, ja, ja... Das schafft das! Okay! Flieg rein! Das ist ja das blitzende, oder sogar noch. Jör, Lax, Save, Jör, Blitzlauches, eh Schuss, Früttl, komm, Jör, Blitzlauches, Drüttl! Chess, Früttl, Klich, Naja Okay, uh, die Kamera ist, der Bruder, gefeiert. Aber sie ist komple... Äh, sie ist komplem... Okay, ne, sie geht noch, sie geht noch. Ich funktioniert... Es funktioniert noch an... Alles, alles, futsch. Komm schon, William! Ich muss sich noch. Was? Ja? Äh, 1, 3 Oh, lass die Kamera! Nein, lass die Kamera nicht! Okay, los! Ja, die haben wir! Wir haben Pult! Ja, Pult! Die haben Pult, die ist los! Komm, die... Hast du die Skizze? Ey, wenn die jetzt noch mal runterzählt, ne? Doch! Ja, mein Pult! Yes! Nochmal! Okay! TK, mach die Erde jetzt! TK, rasiert alle! Trosche, Feuer auf! Banane! So, TK! So, so funktioniert das! Hast du ne, haben wir schon gewonnen? Noch ne, TK rasiert alle! Ja, 10 Sekunden schaffen die lieber! Ne, 10 Sekunden schaffen die kein Tor! Ja, kein Tor schaffen... Vielleicht schaffen sie eins, aber... Ne, hast du vielleicht... Ja, ne... Tschüss! Aaaah! Ganz knapp! Ey, Donkey Kong macht das so! Ganz knapp, hätten wir noch nen Absatz von Kink! Aua, Donkey Kong! Ich fang mal, das blieb schon 15 Minuten! Was?! Ja! Dann müsst ihr aufhören! Dann müsst ihr... Ja, okay, dann... Wir sagen euch nächstes Mal Bescheid! Ja, wir sagen euch nächstes Mal Bescheid auf den Pokal gewonnen haben! Jetzt schießt, bis zur nächsten Folge! Ja, schießt, bis zur nächsten Folge! Ja, schießt, bis zur nächsten Folge! Ja, tschüss! 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 Ich bin Ende! So, komm auf die Daumen! Tschüss! Achso, ja, und immer Daumen hoch! Ja, Daumen hoch! Daumen hoch! Likes! Und abonnieren! Sofort! Viel Spaß sofort! Äh, nicht sofort! Also... Tschau! Kommt ihr nicht auf den angegebenen Kanal, um der Stream-Schlüsse zu greifen! Bitte überprüfen Sie den eingegebenen Stream-Schlüsse! Wenn er richtig ist, kann es ein Problem beim Verbinden mit Dezember gegeben haben! Können wir, ähm... Ja, ja! Komm, mach nicht hoch! Ich hab schon... Ich hab schon... Machen dürfen wir! Können wir noch einmal das... Hä? Geht gar nicht! Heilig! Hä? Ü ö 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 Vielen Dank.